herzlich willkommen meine damen und herren ich bin es mal wieder ich gehe hier mal zurück zum nächsten teil ich hoffe dass mit den aufnahmen funktioniert heute reibungslos und ja wenn es euch gefällt leute zeigt es mit mir zeigt es mir mit einer positiven bewertung oder auch wenn ihr das mehr öfters sehen wollt schreibt es mal unten in die kommentare ansonsten viel spaß und bis gleich die besteigung gehabt mann 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 da muss noch mal was da passen ja mann danke dir wie geht es ja muss korrektiger wie geht es euch gut gut wir können singen kurz masken tausch besser weiter jetzt ja das geht es geht es geht ja mann wo kommst du her aus bayern ja zfix da bin ich daheim ja zfix aus mittelkranken ja wo genau wirst du noch grüße sagen ja ich grüße den mann und den antonio und den lukas ström alles klar jawohl ist dir kalt ich hätte empfehlen noch eine decke zu holen und eine wärmflasche ich kann sogar zaubern warte ich zeig dir jetzt ein zaubertrick ja ich kann auch zaubern siehst du diesen stück ja ich kann zaubern dass die luft stinkt dass der kommt besser an ich habe eine frage was ist deine lieblingsfarbe was darf ich sagen zwei deinen lieblingsfarben ich möchte hier ganz ganz viel machen davon und aber mit ich frage halt random leute was die für lieblingsfarben haben und du darfst ein oder zwei sagen also blau auf jeden fall und schwarze oder dunkelblau der hellblau ok habe ich genau das blöde sei du die ist stumpf aber ich was du trotzdem kein problem ja nur damit du gerne so sieht liebe aus in der community leute so schaut es aus hallo hallo rade und dir ach so wie alt ähm rate ich hab verstanden wie geht es euch ich kacke jetzt hin ich hab hallo gesagt und ich äh 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 ok also äh ja schenke also ich dachte du fragst wie alt wir sind ich dachte auch ne ich hab gesagt hi wie geht's euch und ihr äh wie alt ich bin was äh äh rate hast du gesagt haa nicht schlecht haa da 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 sagst du dich mal denn jetzt nicht richtig was haa 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 klub mach haa haa leute mach haa 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 m kriege ich auch 1 250 kriegst du ich kann nicht virtuell ich komme ich komme ich komme nicht hin der paypal überweisung geht direkt oder ich weiß es nicht weil sie einfach ich mag dann deine maske fällt mir und die kämpfe dazu geil darf ich fragen woher du kommst ich komme aus hannover woher kommst du ja aus bayern aus nürnberg ja okay das ist ja kommen lassen wir uns gleich mal treffen hier oder war der hat kommt magst du youtube oder sowas nicht nicht mehr habe ich mal damals aber jetzt müsste noch jemanden grüßen oder soll ich dich rauskappen oder so ich bin aufnahme ist mir egal kannst du mich drin lassen okay dann grüß noch jemanden wenn du willst ja ich grüß dich ne viel spaß ja noch alles klar tschau tschau hi hi wieso trägst du ne maske mein markenzeichen hier sorry aber ich muss kurz den witz bringen wird jetzt nicht weg skippen ok wenn du mein bus bist und ich bin dein ticket darf ich dann in die einsteigen der wasser lustig was hast du noch nein ich kann auch zaubern auch zaubern in denen die luft stinkt stinkt hi what's going on hey wie geht's heute gut dir so Leute das ist jetzt auf jeden fall bis zum nächsten mal oder wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und ansonsten wie gesagt bis zum nächsten mal und ja, wenn ihr noch Sprüche habt oder irgendwas, schreibt es unten in die Kommentare ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao